Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Männer. Das könnt ihr mir glauben. Und wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wir kämpfen hier um jeden Zentimeter. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Wir krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Das war's. 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 Das war's.